Heute bekommst du deine ganz persönliche Videobotschaft von Vivian Models, weil wir wünschen dir, deiner Familie und deinen Allerliebsten ein gutes neues Jahr mit viel Erfolg, Glück und Gesundheit. Meine Tochter Vivian hat zu mir mal gesagt, Papa, alles was ich mache, macht mir Spaß. Den Satz, den fand ich so toll, dass ich ihn gleich in mein schlaues Buch geschrieben habe und unser Motto für das nächste Jahr 2012 ist, alles was ich mache, macht mir Spaß. In diesem Sinne freue ich mich von dir zu hören.